hallo freunde das ist heute übrigens video versuch ich weiß nicht wie viel partybeleuchtung wurde oben installiert die ist übrigens gespendet worden danke noch mal an luci er brauchte die nicht mehr ich hab sie bei mir installiert das ist jetzt hier partybeleuchtung nummer drei in diesem alten schuppen da oben hängt eine alte ossi lampenkette und dann noch ein lichterschlauch von früher naja bei mir frisst alles ein gnadenbrot naja wir gehen mal hier rüber ich mache mir jetzt noch mal ein schönes günstig bier auf sage ich jetzt mal was von anderen verschmäht wird aber es ist günstig naja wir gucken mal was macht man offen land am sonntagabend genau die assi tonnel oder das ist doch was feines ich filme mit der frontkamera das ist nicht so einfach bis jetzt hat sich doch kein neues handy aufgetan ich sag mal so ich hätte hier auch ein uraltes gebrauchtes nehmen aber ich habe mich schon umgehörte zeit ist nirgendwo eins frei was ja so im hintergrund rauschen tut das ist der bewässerungs rieselschlauch ich habe hier hinten hecke gepflanzt und die muss regelmäßig ein bisschen gegossen werden damit sie anwächst das macht man ja im herbst na egal so ich setze mich jetzt hier ein bisschen an die tonne genieße genieße noch ein feierabendbier jetzt gucken wir nochmal da oben da also ich mag so ld lampen das ist irgendwie was feines ja waffen reviews sollen noch kommen aber es ist ein bisschen kalt alleine macht sie ist schlecht der kameramann hat keine zeit ich wollte heute ein ellenlanges modellbau video drehen naja beim kontroll durchsehen habe ich dann festgestellt dass die 30 minuten gelaber umsonst gewesen sind man hört kein ton ich weiß nicht was mit dem handy nicht stimmt ich habe keine ahnung ok kurzes lebenszeichen freunde tschüss und danke noch mal für die spenden danke noch mal an steuny für geld schicken auf das handy gut haben bitte nicht mehr weil ich habe eine neue nummer ich habe die alte sim karte geschrottet danke noch mal nachträglich ne tschüss freunde